Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Sonntag 27. Mai 2018 mit brütender Hitze draußen. Gewitter liegt wohl in der Luft und wir haben sicher um die 30 Grad, komme ich vom Spaziergang heute Mittag schon zurück, mein T-Shirt nass geschwitzt, aber ja, dachte ich, setze mich hin, habe den Michael online gefunden und gesagt, da machen wir jetzt die nächste 33. Lesung von dem wunderbaren Buch von Theodor Griesinger über die verborgenen Machenschaften der Jesuiten von der Gründung des Ordens bis heute. Das gefällt mir auch ganz gut, wenn der Michael hier und da mal Zeit hat, mich damit zu begleiten. Mit zweien lesen ist es immer spannender, als mit alleine das zu tun, wobei ich kein Problem habe, das alleine zu tun, aber es ist immer schön, wenn man jemanden mal dabei hat. Von daher herzlich willkommen, Michael. Und ich hoffe, es geht dir gut und wie heiß ist es da bei euch in Deutschland? Ja, hallo Jörg, alle liebe Abonnenten von Joggler 66 und diejenigen, die es bald werden wollen. Also hier ist genauso warm wie bei euch. Und ich denke mal, ich habe hier einen sehr guten Platz erwischt. Ich bin hundemüde, aber ich bin hier gerade bei ungefähr 19 Grad im alten Kartoffelkeller und das ist eigentlich eine super Temperatur. Das klingt ja soweit ganz angenehm, ja. Ich sitze bei über 20, 24, 25 Grad in meinem Schlafzimmer und die Sonne brennt mir auf dem Rücken. Aber na gut, da könnte man natürlich auch einen Sonnenschutz machen, aber den mache ich nicht runter. Ich möchte die Sonne ja nicht ausschalten. Ich genieße von jedem Sonnenstrahl, den ich sehe. Gut, also, dann lass uns mal ohne weitere Verzögerung mit dem Buch anfangen. Wir hatten letztes Mal aufgehört zu lesen auf Seite 326 in dem PDF oder 308 in dem Buch, wie es hier steht. Und sind ein bisschen weiter unten gewesen, aber ich gehe halt nochmal ein wenig zurück auf dieser Seite, auf den oberen Teil, wo der zweite Satz anfängt. Und so stiftete der Pater Gilbert Rousseau in der Stadt Narath oder Rarath, lese ich hier, oder Rarack, oder wie heißt das da? In welcher er als geheime Agent des Ordens geschickt wurde mit einer Wäscherin ein solches Freundschaftsbündnis, dass dieselbe in andere Umstände kam und nun von ihm, den sie für nichts weniger als einen katholischen Geistlichen hielt, verlangte, geheiratet zu werden. Natürlich konnte ihr der Pater nicht willfahren und der Handel kam sofort vor Gericht. Allein der kluge Jesuit stellte, Geld und gute Worte vermögen ja schließlich vieles, wie wir auch heutzutage wissen, einen anderen, einen Holzspelter, also Holzfäller würden wir heute wohl sagen, einer der halt das gefällte Holz in verbrennbare Stücke hackt, der Strichweg erklärte, er sei der Vater des Kindes und so wurde die Dirne ab und zur Ruhe verwiesen. Auch schadete dem guten Pater das Ärgernis, das er gegeben hatte bei seinem Oberen, keineswegs, sondern der General zu Rom erkannte vielmehr seine Klugheit und beförderte ihn später zum Provinzial der oberrheinischen Provinz. Ja, so passiert das. Du wirst in bessere Positionen befördert. Ist ja heute in der Politik auch nicht viel anders. Guckt euch mal an, was sie mit dem Gutenberg gemacht haben nach seinem Skandal da vor einigen Jahren in Deutschland. Heißt das nicht weggelobt? Ja, zum Beispiel, ja, weggelobt, wegbefördert, wie auch immer. Hauptsache verdient noch mehr Geld und kriegt noch eine machtreichere Position, solche Leute. So funktioniert es in dem System, ja. So ließ sich der Pater Johann Delfos, der 20 Jahre lang die Stadt Luneville durch seine habungsvollen Predigten und ein frommes Entzücken versetzt hatte, in einem Gundgauer Sauerbrunnen. Was ist denn das hier jetzt? Also was lese ich denn hier überhaupt? So ließ sich der Pater Johann Delfos, der 20 Jahre lang die Stadt Luneville durch seine salbungsvollen Predigten ein frommes Entzücken versetzt hatte, in einem Gundgauer Sauerbrunnen, den er feiner aufgegriffen, den er feiner angegriffen, wegen seiner angegriffenen Brust wegen besuchte, ach so, in einem Gundgauer Sauerbrunnen, den er seiner angegriffenen Brust wegen besuchte, also wegen seiner Gesundheit, mit einer berüchtigten, liederlichen Person im Bade überraschen und musste deshalb bei Provinzial Bur auf den Knien Abbitte leisten. Ja, wenn du von dem Provinzial auf die Knie gehst, dann passieren auch manchmal Dinge, die du nicht so möchtest. Aber das überlasse ich dann eurer Fantasie. So gab der Pater Olivia, Professor am Collegium zu Valencia, eine Bauernmacht, deren volle Brüste ihnen eine heftige Brunst versetzten, für eine nahe Anverwandte aus und mietete ihr ein Zimmer ganz in der Nähe des Collegiums. Dort aber besuchte er sie, vorgebend, er habe Familien- und Erbschaftsangelegenheiten mit ihr abzumachen, fast alle Tage, und nicht selten blieb er bei ihr über Nacht, um ihr, wie er sich ausdrückte, die Disziplin zu geben, denn sie sei in der Frömmigkeit noch nicht gehörig vorgerückt. Also dieses ganze heuchlerische Getue, da kann einem doch nur schlecht von werden, oder, Michael? Ja, ich glaube auch dieses Video ist demnächst ab 16 oder ab 18, wenn es so weitergeht. Ja, so erwarb sich Stéphane Petiot, der Provinzial von Guyen, den Ruhm eines der heiligsten Männer. Und wenn er in der Kirche zum heiligen Projekti predigte, so waren die weiten Räume viel zu eng, um all die Gläubigen, die sich herbeidrängten, zu fassen. Dies hinderte ihn aber nicht, sich in ein schwarzbraunes Mägdlein sterblich zu verlieben, und dasselbe zu überreden, dass es sich in einen Bauernknaben verkleidete, um so ohne Aufsehen in das Kollegium gelangen zu können. Ja, das, was wir jetzt hier gerade eben lesen, ist aus dem Buch von Pater Cinequi, auch wo ich euch ja von erzählt hatte. Warte mal, da muss ich mal eben hier, muss ich mal eben sehen, dass ich das aufmachen kann. Das Buch von Pater Cinequi, das will ich euch dann doch erstmal eben zeigen. Das ist hier bei New World Order zu lesen, und da haben wir hier den Beichtstuhl. Da müssten wir das ja finden. Ne? Dann habe ich das gar nicht in Deutsch. Dann ist das Priest, the Woman and the Confessional, das Buch hier. Das ist das Buch von Pater Cinequi. Und hier finden wir dann in diesem Buch, in welchem Kapitel war das jetzt? Also das ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich das mal gelesen habe. Ihr seht ja hier die Inhaltsangabe, die verschiedenen Kapitel, wie das alles heißt. Der Beichtstuhl ist das moderne Sodom, wo der Autor hier drüber schreibt. War das Kapitel 8 oder was? Ne, das war nicht Kapitel 8, das war Kapitel 3, glaube ich, ganz am Anfang. Und da erzählt der Pater Cinequi, also gut, dann lassen wir das mal, ich finde das jetzt hier nicht direkt, ist ja auch nicht so wichtig, aber hier erzählt der Pater Cinequi halt von einer Geschichte, die ich ja gestern, glaube ich, schon mal kurz erwähnt hatte, dass eine junge Frau sich in ihren Beichtvater, der ein junger, gut aussehender Priester war, verliebt und dass die beiden dann flüchten in eine andere Stadt und dass er sie die ganze Zeit eben auch als einen Knaben verkleidet und jahrelang, dass die da wie in einer Ehe, würde ich mal sagen, jetzt mehr oder weniger halt leben, außerhalb des Zölibats und dass sie dann sogar auch noch andere Menschen befriedigt. Also das ist noch eine andere Sache damit bei. Also wir sehen, dass das, was hier der Griesinger uns erzählt in seinem Buch, ebenso ungefähr zur selben Zeit geschrieben von Charles Cinequi, ebenso bestätigt wird. Charles Cinequi hat gelebt zwischen 1809 und 1899 und hat sein Buch ja auch irgendwann zum Ende des 19. Jahrhunderts hin geschrieben. Und die Geschichten decken sich. Also gehe ich jetzt nicht davon aus, dass die beiden sich sogar irgendwie kannten, aber der Punkt ist, dass das, was der Griesinger hier erzählt, von anderen Autoren durch die Geschichte bestätigt wird. Und nicht nur jetzt in dem Buch von Charles Cinequi, das ich gerade anführte, sondern zum Beispiel auch in dem Buch von Dave Hunt, Die Frau und das Tier. Ja, das Buch könnt ihr in Deutsch bekommen, sowohl als PDF als auch als gekaufte Version. Kostet dann natürlich ein paar Euro, könnt ihr euch bestellen. 500 Seiten dick und handelt hauptsächlich von Offenbarung 17 und 18 natürlich. Die Frau, die das Tier reitet, also geht um das Papsttum und auch um die Geschichte der Päpste. Es geht da zum Beispiel unter anderem um die Schenkung von Konstantin und es geht um Simonie, also das Kaufen von kirchlichen Ämtern und all diese ganzen Sachen. Die ganze Geschichte der römisch-katholischen Kirche eigentlich durch vom Dave Hunt. Und der berichtet da natürlich auch von den Ausschweifungen, die hauptsächlich dann oben in der Hierarchie passiert sind. Also bei den Päpsten, Kardinälen und Bischöfen und solche Sachen. Ja, also wenn ihr euch dafür interessiert, sind das auch noch interessante andere Nachschlagewerke. Der Beichtstuhl von Charles Chenequie oder im Englischen, wie es heißt, The Woman, The Priest and the Confessional. Und natürlich auch Die Frau und das Tier von Dave Hunt. Und auch in Babylon Mysterien Religion von Ralph Woodrow, das ich im Deutsch ja auch noch auf meinem Kanal lesen werde, da kommt das auch drin vor. Ja, also das ist nicht, dass der Griesinger hier jetzt irgendwie sagt, ich mache jetzt hier die römisch-katholische Kirche ein bisschen schlechter und hole ein paar Beispiele an. Das sind Beispiele, die sich durch die Geschichte immer und immer und überall und überall wieder wiederholt haben und vorgefallen sind. Das nur mal eben zum besseren Verständnis zu dem, was wir hier eben lesen. Also, dass das Mädchen sich dann in einen Bauernknaben verkleidete, um so ohne Aufsehen in das Kollegium gelangen zu können. In dieser Verkleidung nun stattete die Dirne dem Pater gar manche Besucher ab. Und so oft sie kam, schloss er sich stundenweise mit ihr ein, endlich aber genügte ihm auch das nicht mehr und er stellte das Mädchen als seinen Diener, der ihm Tag und Nacht aufwarten musste, förmlich bei sich ein. So trieben es die beiden verschiedene Monate lang, ohne dass irgendetwas entdeckt worden wäre und wahrscheinlich wäre es noch lange so fortgegangen, wenn das Weibstück keine Zunge gehabt hätte. Allein von der Sucht zu reden getrieben, verriet die Dirne ihrem Beichtvater, Nathaniel Gishar. Das ganze Verhältnis und dieser trug Sorge, dass der Sache ein Ende gemacht wurde, ehe Gott und die Welt davon erfuhr. Ehe Gott und die Welt davon erfuhr, Gott hat da ja wohl schon lange von erfahren. Dem Stephan Petiot, er spricht wahrscheinlich von dem kleinen Gott in Rom, der hat da vielleicht noch nicht von gehört, aber unser Vater im Himmel, der weiß solche Übertretungen schon in dem Augenblick, wenn du nur dran denkst, da hast du sie noch gar nicht ausgeführt, da weiß er da schon von. Dem Stephan Petiot dagegen widerfuhr weiter nichts, als dass man ihn bat, sich künftig nicht mehr so unvorsichtig aufzuführen. Haha, erhobener Zeigefinger, du, 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 wer jetzt ein nächstes Mal ja vorsichtig. Nicht von das darf man nicht, oder was hast du je gemacht, ne, 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 vorsichtig sein, Jung, das kann nicht an die Öffentlichkeit kommen. Denn wie leicht hätte er ja die ganze Gesellschaft Jesu in tiefste Verlegenheit bringen können, wenn der Skandal öffentlich geworden wäre. So erfahren wir von dem Professor Nikolaus Koprivitius am Kollegium zu Graz, was heute wohl Graz ist, dass er eine ledige Dame am Hofe des Erzogs Karl zur Mutter machte und dass darauf eine entsetzliche Bestürzung unter den Kavalieren und Damen dieses frommen Habsburgers entstanden sei. Nur allein die Mitbrüder des Koprivitius verloren weder ihre Besinnung noch ihr kaltes Blut, sondern der Rektor des Kollegiums fasste vielmehr das räudige Schaf sofort mit einem Auftrag an einen alten Freund des Ordens, den Inhaber des indianischen Bistums in Spanien mit Namen Thomas Gremius und dieser behielt den gefallenen Bruder für die Folge ganz bei sich. Die zur Mutter gewordene Dame aber musste sich dazu bequemen, eine vierteljährige Badereise zu machen und erschien dann nach dieser Zeit wieder so frisch und munter am Hofe, als ob nichts passiert wäre. Und das Kind? Nun, einer der Patris nahm es gleich nach seiner Geburt in Empfang und man hat nachher nie erfahren, was aus ihm geworden ist. Das überlässt der Autor hier auch eurer Fantasie. Der gleichen Beispiele jesuitischer Unkeuschheit und ich füge hinzu katholischer Unkeuschheit könnte ich noch hunderte oder gar tausende erzählen. Trotzdem anzunehmen ist, dass nur die allerwenigsten derartigen Vergehen der Ordensmitglieder bekannt wurden, denn es galt als erste Regel bei den Jesuiten, alles was schlimm geschah, so geschickt zu verdecken, dass es nicht unter die Leute kam. In einer Fußnote lesen wir hier, wer sich hierüber orientieren will, also über noch mehr von diesen tausenden Geschichten lesen will, also wenn ihr nach dem Motto katholische Pornografie lesen wollt, dann müsst ihr euch das Buch besorgen, Histoire Père Lachaise. Also Lachaise, für den Fall, der den ich kennt, das steht hier auch, Jesuit et Confesseur de Roi Louis XIV, Père Lachaise habe ich ja schon öfter genannt, ist der Beichtvater des Sonnenkönigs Louis XIV. aus Frankreich, der dafür gesorgt hat, mit seiner Erpressungsmethode gegenüber dem König, um den König dazu zu bewegen, das Edikt von Nantes zurückzuziehen, einzuziehen und also nichtig zu machen und damit die Huguenotten, die bibelgläubigen Christen im Süden Frankreichs, weiterer Verfolgung auszusetzen, 100 Jahre nach dem St. Bartholomeus-Massaker 1572, da ja schon mehr als 100.000 abgeschlachtet wurden. Dieser Père Lachaise, also Père Lachaise, der jesuitische Beichtvater von König Louis XIV, fährt der Titel hier fort, contenant la particularité la plus secrète de sa vie, ses amours avec plusieurs dames de la première qualité et la agréable aventure qui lui sont arrivées dans le cours de ses galanteries. Wenn ihr jetzt wollt, dass ich das alles ins Deutsch übersetze, das könnte ich, aber es geht im Grunde darum, dass dieser Titel heißt, die Geschichte von Pater Lachaise, dem jesuitischen Beichtvater Königs Louis XIV, das beinhaltet die Einzelheiten und die geheim gehaltenen oder die Geheimnisse seines Lebens, seine amorösen Verhältnisse, also seine Affären, seine Affären mit verschiedenen Damen der allerersten Qualität und seiner einverständigen Abenteuer, in die er sich damit begangen hat, qui lui sont arrivées dans le cours de ses galanteries, also die er im Laufe seines Lebens getroffen hat und im Laufe seines Lebens begangen hat im Namen der Galanterie oder wie das hier in diesem Buch heißt, auch die Kavalisten. Hatten wir ja gerade eben hier ein bisschen drüber gelesen. Chevalry, so heißt das im Englischen, das ist ja eben das auch, was der Ignatius von Loyola war, als er nicht mehr am Hof erfolgreich sein konnte, aufgrund seiner Verletzung, die er sich zugezogen hatte durch diese Kanonenkugel. Ja, da war es dann vorbei mit seinem Ritterleben nach dem Motto, Damen am Hofe beglücken zu können. Und genau dasselbe hat der Lachaise, der Beichtvater von König Louis XIV, dem sogenannten Sonnenkönig, im 17. Jahrhundert in Frankreich auch getan. Also, wer noch mehr darüber lesen will, der besorge sich das Buch. Hast du da eine Bemerkung zu, Michael, oder bist du genauso baff wie ich manchmal? Ich bin extrem schlecht in Französisch. Achso, okay. Dann hoffe ich, dass meine Übersetzung einigermaßen bei dir ankam, dass du es einigermaßen verstanden hast. Ja. Die begangene Sünde, fährt der Autor fort, war reine Nebensache. Hauptsache war der öffentliche Skandal, die Blamierung des Ordens, welcher durch die Bekanntmachung eines jeden Vergehens gegen die Sittlichkeit ein Stück von dem Mantel der Heiligkeit, in dem er sich hüllte, einbüßen musste. Ja, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, wie wäre es denn damit, wenn wir dieses Mal auf das 21. Jahrhundert beziehen würden? Auf das Jahrhundert, in dem wir leben heute, wo wir, und ich lebe hier in Belgien, und als ich hier noch Zeitungen gelesen habe, war hier wöchentlich, zumindest monatlich, ein Skandal von einem römisch-katholischen Priester, Bischof oder Kardinal in den Zeitungen, im Zusammenhang mit Sexualvergehen, und zwar hauptsächlich gegenüber Kindern. Ja. Also, Pädophilie. Der Autor schreibt hier, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die begangene Sünde war Nebensache. Hauptsache war der Skandal, die Blamierung des Ordens, welcher durch die Bekanntmachung eines jeden Vergehens gegen die Sittlichkeit ein Stück von dem Mantel der Heiligkeit, in den er sich hüllte, einbüßen musste. Ja, entschuldige mal, wie dick ist denn dieser Mantel der Heiligkeit? Wenn durch die Jahrhunderte hin die Leute heute immer noch da nicht gegen angehen, selbst wenn sie es in Zeitungen lesen, selbst wenn sie es im Fernsehen sehen, in den Nachrichten oder sonstigen Sendungen, wo darüber berichtet wird. Und immer noch gehen die Leute am Sonntag in die Kirche und fressen ihrem Priester das Stück Oblate aus der Hand. Wie lange noch? Genau so, wie die verfolgten Seelen der Heiligen im Himmel zum Herrn sagen, wie lange noch, o Herr, bis du endlich runtergehst und uns rechst. Wie lange noch muss diese Sache weitergebracht werden? Wie viele weitere unschuldige Seelen müssen noch verdorben werden von der römisch-katholischen Kirche und ihrem Sexkult, bevor dem endlich ein Ende gesetzt wird. Und vor allen Dingen, bevor die Menschen endlich mal selber wach werden. Ich kann unglaublich, wenn solche Dinge ans Licht kommen, ich kann die Eltern solcher Kinder nicht verstehen, dass sie nicht in die allerhöchsten Instanzen gehen. Da fehlt mir einfach irgendwie das Verständnis für. Ja, selbst da wird wahrscheinlich dann auch kein Recht gesprochen werden. Denn wir wissen ja, dass da halt je weiter du nach oben kommst, desto dünner reichen. Ich will da jetzt nicht noch mehr andeuten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da... Du bist gerade eben weggefallen vom Sound her. Müsst du es nochmal sagen? Ah, okay. Ja, ich sag mal so, Recht haben hat ja mit Rechtsprechung nur bedingt zu tun. Und je weiter man nach oben geht in der Hierarchie, desto dünner wird ja auch manchmal die Luft. Und ich möchte da jetzt nicht zu viel andeuten, aber es gab ja da genug Skandale, wo halt auch höhere Mitglieder der Regierung oder sonstiger Organisationen drin verwickelt waren. Und die, da hackt natürlich der eine Krähe der anderen kein Auge aus. Das ist richtig, Michael. Mir ist schon klar, dass es hier in der Hinsicht auf dieser Welt auch keine Gerechtigkeit gibt. Aber der Punkt, den ich machen wollte, war ein anderer. Der Punkt, auf den ich hinaus wollte, war, wenn wir uns in der Geschichte der Jesuiten mal umschauen, dann wissen wir ja, dass in der Vergangenheit, zumindest vor dem 18., vor dem 19. Jahrhundert und auch teilweise noch während des 19. und sicher zu Anfang des 20. Jahrhunderts selbst noch, die Jesuiten aus verschiedenen Ländern rausgeschmissen wurden. Immer und immer und immer wieder. Frankreich hat die Jesuiten glaube ich in total vier oder fünf Mal rausgeschmissen. Deutschland hat sie rausgeschmissen. Italien hat sie rausgeschmissen. Spanien hat sie rausgeworfen. Portugal hat sie rausgeworfen. Österreich hat sie rausgeworfen. Ja? Warum denn? Eben weil sie sich in solche Sachen eingemischt haben und eben weil solche Dinge auch ans Licht kamen. Nun, die Hauptgründe waren natürlich damals mehr, dass sie sich in die Politik eingemischt hatten und dass sie des Landesverrats bezichtigt wurden und dass die Leute, die sich mit den Jesuiten beschäftigt hatten, begriffen hatten, wenn wir die Jesuiten im Land haben, dann werden wir niemals einen Frieden haben in unserem Land. Aber mir geht es doch darum, dass wenn Leute, deren Kinder geschändet wurden, sich mal zusammentun und für einen Aufschrei sorgen, dass man damit sogar ein ganzes Volk so weit kriegen kann, um mal irgendwo da eine Reaktion rauszulocken. in welcher Hinsicht die auch sei. Dass die Jesuiten rausgeschmissen werden, glaube ich, nun weniger. Aber dass die Leute sich endlich mal bewusst davon werden, verstehst du? Mir geht es gar nicht mal so sehr um die Konsequenzen, dass man jetzt sagt, okay, wir schmeißen die Jesuiten jetzt raus, weil das hier passiert ist oder wir schmeißen die römisch-katholische Kirche raus. Das ist ja sowieso utopisch, das anzunehmen. Aber dass die Leute aufgrund dieser Tatsachen mal wach werden und das, guck, gestern hatten wir doch den Film Spotlight kurz erwähnt. Kam ja erst nicht auf den Titel. Und wer sich in der Zwischenzeit zwischen dem Veröffentlichen des letzten Teils und diesem Lesen dieses Teils die Mühe gemacht hat, sich den Film Spotlight mal anzuschauen, der muss ja auch feststellen, dass im Endeffekt es am Ende genau so weitergeht, wie es davor war. Es werden keine Konsequenzen gezogen. Und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, die Menschen, die sich dieses Ding gefallen lassen und die sich keine Konsequenzen die keine Konsequenzen fordern für die Taten von denjenigen, die sie begangen haben. Die Menschen sind dann auch selber schuld, wenn ihnen Unrecht geschieht. Das muss ich mal ganz ehrlich dabei sagen. Und das ist das, was mich ein bisschen stört. Ich meine, deswegen setze ich mich ja hier hin und du dich dazu, dass wir dieses Buch lesen, dass wir die Leute informieren darüber und dass sie informiert sind. Und wenn sie informiert sind, dann können sie auch informierte Entscheidungen treffen, Beschlüsse, treffen. Verstehst du? Das ist der Punkt. Ich verstehe das. Ich verstehe das auf deiner Argumentation verstehe ich absolut. Aber der Unterschied ist doch einfach meiner Meinung nach der, dass die Leute, die meisten zumindest da draußen nicht unbedingt die, die jetzt dieses Video verfolgen, eben nicht dieses solide Fundament haben und eigentlich gar nicht so schlimme Dinge wissen wollen. Die wollen halt aus ihrer, meiner Meinung nach, aus ihrer Komfortzone nicht raus und dann lieber halt einfach Fußball gucken oder irgendetwas ähnliches. Sie wollen sich eigentlich mit den wirklichen Problemen gar nicht beschäftigen, solange es sie nicht selber betrifft, solange wird immer weggeguckt und das ist ja mit vielen Dingen so und ich denke, da muss man eine ganz solide Basis haben, um solche Dinge auch verdauen zu können. Das ist richtig. Du hast gerade einen sehr wichtigen Punkt angeholt, solange es sie nicht selber betrifft. Aber wenn ich jetzt auf einmal ein Elterteil bin von einem Kind, das was, was ich irgendwo im Kirchenchor singt und zu mir kommt und sagt, der Pastor da, der hat mich sowieso angefasst und dies und das mit mir gemacht, dann betrifft es mich doch selber. Und selbst diese Leute hörst du nicht aufschreien, hörst du nicht auf die Straße gehen dafür, verstehst du? Ich meine, ich lebe hier in einem Land, wo wir vor etwas über 20 Jahren einen der größten Kindesentführungs- und Ermordungsfälle hatten in der Geschichte von Europa, soweit das zumindest rausgekommen ist, mit dem Fall Dutroux. 27 verschiedene Zeugen sind alle ermordet worden im Lauf der Untersuchungen. 27, natürlich sind nicht alle offiziell ermordet worden, viele sind nach dem Motto mit dem Auto gegen eine Mauer gefahren, das kann ja mal passieren, wenn man kurz nicht aufpasst. Ja, da war ja einiges los und dafür sind ja auch die Leute auf der Straße. Selbst Richter sind beurlaubt worden und alles drum und dran. Ja, aber das ist jetzt genau der Punkt, Michael. Damals gab es hier in Brüssel diesen weißen Marsch, wo Hunderttausende durch Brüssel gegangen sind, alle mit so weißen Flaggen und alles drum und dran, um zu sagen so, das geht jetzt so nicht weiter. Der nächste Schritt, den man gemacht hat, man hat auf der Autobahn zwischen Brüssel und Antwerpen einen weißen Kinderwald gepflanzt, den man jetzt teilweise wieder abgerissen hat, weil es war wichtiger, da eine Bahnstrecke hinzulegen bis Mechelen, aber ein bisschen über Mechelen hinaus ist dieser Kinderwald da immer noch, das heißt Witte Kinderboss, weißer Kinderwald, nach dem Motto im Andenken daran. Aber die ganzen Bäume, die da wachsen, verhindern nicht, dass diese ganze Geschichte irgendwie weiterkommt. Das ist nicht aufgearbeitet worden und ich verstehe solche Leute, selbst wie den Vater von der Ann zum Beispiel, verstehe ich überhaupt nicht, dass der nicht da ein bisschen mehr Druck gemacht hat. Da hat man ja beinahe den Eindruck, die Leute sind da selbst mit involviert. Auch wenn das jetzt vielleicht eine fiese Unterstellung ist, aber das kann ich mir sowas nicht vorstellen. Ich weiß nur, ich bin Selbstvater und ich weiß, wenn mir sowas zu Eolen gekommen wäre, über meinen Sohn da wäre was passiert, dann hätte ich aber Himmel und Hölle heiß gemacht. Ja, es gibt ja auch andere Fälle von Kalinka beispielsweise, Justizburg Kalinka, wo ein französischer Papa da nach Deutschland gefahren ist und verschiedenerweise da nicht Recht bekommen hat, obwohl seine 14-jährige Tochter da von seinem, vom Schwiegervater ermordet worden ist und der Mann hatte eine Arztapprobation, der war sehr anerkannt, der hatte gute Verbindungen und so ist es oft natürlich dann, denke ich mal so, dass wenn zwei Sachen aufeinandertreffen, dann der Aussage eines Kindes gegenüber einem Geistlichen, drück's mal so aus, wenig Glauben geschenkt wird, weil der Geistliche im normalen Verständnis der Menschen, nicht die Menschen, die dieses Video gucken, aber im normalen Verständnis der Menschen, halt einfach eine Vertrauensperson, eine Göttliche Autoritätsperson, genau, ein Göttlicher Repräsentant, jemand, der Sünden vergeben kann, etc., etc., der würde sowas nie tun und wir haben, wir haben hier in der Umgebung, haben wir einen ähnlichen Fall mit einem katholischen Pfarrer, der sowohl hier auffällig als auch im Ausland, wo er dann versetzt worden ist, auffällig geworden ist und der dann, wo man dann über zehn Jahre gebraucht hat, um da halt eine rechtskräftige Verurteilung zu erwirken, aber das hat man tatsächlich geschafft. Ja gut, ich finde das eigentlich eine ganz interessante Diskussion, die wir führen, ich möchte abschließend da eben noch zu beitragen, schaut euch meine Lesung an, die verborgene Geschichte der Jesuiten von Leitmond Paris, da kommt in einem bestimmten Moment der Fall vor von dem Priester von Urufe, ja, der verschiedene minderjährige Frauen geschwängert hatte und mit dem zweiten, mit der zweiten, als er die geschwängert hatte, kurz bevor sie ihr Kind geboren hat, hat er sie umgebracht, hat ihr den Bauch aufgeschnitten, hat das Kind rausgeholt, hat das Kind den Kopf dermaßen demoliert, dass man nicht mehr erkennen sollte, dass er der Vater gewesen wäre und das ist ein Fall aus den 1950er Jahren, ja, schaut euch das an, ist in meiner Spielliste die verborgene Geschichte der Jesuiten, ich weiß jetzt nicht in welchem Fall, wenn ihr es nicht kennt, guckt sie euch alle an, kann nicht schaden und damit möchte ich das hier jetzt eben abschließen, aber es ist natürlich eine Sache, die steckt mir irgendwie, ja, geht mir gegen den Kragen und ich habe manchmal solche Sachen von, ich begreife die Menschen einfach nicht, aber ich begreife die Menschen in vielerlei anderer Hinsicht auch nicht, ich begreife nicht, warum sie nicht ihre Bibel festhalten in den Händen, darin lesen und verstehen, dass das Papsttum der Antichrist ist, das verstehe ich auch nicht und dass sie dann das Papsttum und alles was damit zusammenhört nicht protestieren, das verstehe ich auch nicht, aber wenn wir darüber anfangen, dann mache ich darüber ein zehnstündiges Video und dann kommen wir in der Lesung überhaupt nicht weiter, also von daher. Ich hätte da eine ganz grobe Zusammenfassung zu, ich habe den Eindruck, als wenn du und vielleicht ich und einige andere, die das hier auch verfolgen, sehr große Kenntnisse in einem gewissen Bereich haben, die gehen also sehr tief in die Materie rein und ich denke, die meisten Menschen da draußen, die haben schon so viel mit ihrem Leben zu tun und die sind halt breit aufgestellt, gehen aber nicht in die Tiefe, das heißt, die informieren sich oberflächlich und dann hier mal ein Stück und da mal ein Stück Hauptsache, man könnte überall mitreden, aber wir haben halt und du jetzt ganz speziell deinen Bereich, wo du dich natürlich sehr profund auskennst, aber die meisten sind, das ist wirklich mein Eindruck, die meisten sind halt einfach und das ist gar nicht böse gemeint, einfach oberflächlich, weil es viel zu viele Dinge gibt, die sie interessieren. Ja und dann kommt da noch mal zu, dass sie natürlich durch die ganze Unterhaltungsindustrie auch abgelenkt worden werden von den Dingen, die wesentlich sind. Ja, stimme ich zu. Aber lass uns hier das jetzt zum Ende bringen. Ich hoffe, dass wir unseren Punkt gemacht haben und wenn wir den Punkt selbst nur so weit getrieben haben, dass die Leute zumindest jetzt mal drüber nachdenken, über das, was wir jetzt gerade hier gesprochen haben, dann haben wir ja schon mal einen Punkt erreicht in der Hinsicht, dass wir vielleicht irgendwo ein gewisses Erwachen vielleicht herausgefordert haben. Also lesen wir fort auf der Seite 328 hier. Der Autor sagt, ich habe das Wort ja hier gelb-blau angestrichen, dass ihr seht, wo ich jetzt weiterlese. eben deswegen vermied man es auch sorgfältig durch Bestrafung der Sünder Aufsehen zu erregen, sondern man begnügte sich mit einer geheimen Rüge oder versetzte sie auf einen anderen Schauplatz, um sie aus dem Gerede zu bringen. Wenn aber etwa andere Gerichte sich einmengten, so ruhte man nicht eher, als bis man das schuldige Mitglied ihren Armen entzogen hatte, denn die Welt sollte nie und nimmer an der Demütigung ihres, eines Ordensbruders ihr Auge weiden. So, jetzt kann ich wirklich, ich kann da nichts dran tun, ich muss hier nochmal einen kleinen Kommentar geben. Ich hatte gerade eben den Fall Dutroux erwähnt, hier in Belgien von 1996, den ich damals mitgemacht hatte, weil ich wohnte hier schon ein paar Jahre. Dutroux wurde verurteilt, schlussendlich für die Taten, die er begangen hat oder zumindest für einen Teil der Taten, die er begangen hatte und seine Frau Michelle Martin wurde eben ebenfalls mit verurteilt. Jetzt werde ich euch mal eben hier die Bilder raussuchen von Michelle Martin und von Marc Dutroux, die habe ich nämlich irgendwo hier auf dem Computer, wenn der jetzt nicht allzu langsam ist, dann werden wir mal sehen, ob wir hier die Bilder finden. Probieren wir es mal mit Dutroux. Das ist natürlich auch schon eine ganze Zeit lang her, dass ich die Bilder noch aufgefragt habe. hier haben wir zum Beispiel das Bild von Marc Dutroux, das gebe ich euch dann hier schon mal mit rein, dann könnt ihr euch das angucken, das ist der Kinderschänder von Belgien aus den 90er Jahren und Michelle, seine Frau, ah hier ist sie, ich habe das Bild halt nicht, wo die beiden zusammen sind, aber ich habe hier das Bild von Michelle Martin und mir ging es jetzt vor allen Dingen darum, dass ich euch mal eben noch eine kleine Sache damit erzählen wollte über Michelle Martin. Also, wir haben Marc Dutroux, ich setze die Bilder hier mal nebeneinander, könnt ihr euch das in Ruhe anschauen, während ich da meinen Kommentar zu abgebe und wir haben hier seine Frau Michelle Martin. Michelle Martin, die zu Zeiten, wo Dutroux damals inhaftiert war, in der Zwischenzeit dafür verantwortlich war, die noch im Keller eingesperrten Kinder zu versorgen, was sie nicht getan hat und dadurch sind die Kinder verhungert, verdurstet, gestorben jedenfalls und zwar sprechen wir hier über, nicht über Ann und Evje, sondern über Melissa und Julie hießen die zwei Kinder, glaube ich, das waren kleinere Kinder. Ann und Evje waren ja schon fast erwachsen, die waren Teenager und die Michelle Martin, da konnte man also die Vernachlässigung dieser zwei kleinen Kinder nachweisen und deswegen wurde sie auch verurteilt und wurde in den Knast gesteckt. Nun interessant ist, dass nach ein paar Jahren im Knast zu sitzen, diese Michelle Martin auf einmal sagte, ich trete jetzt, obwohl sie im Knast saß, ich unterstelle mich jetzt dem römisch-katholischen, kanonischen Recht und trete in ein Kloster ein und da hat man sie doch tatsächlich aus dem Knast rausgeholt und in ein Kloster eintreten lassen und da lebt sie, soweit meine Information damals ging, als ich das noch verfolgt hatte, immer noch, heute, immer noch. Sie ist also mit anderen Worten der Strafe des Zivilrechts entkommen, durch sich unter das Recht der römisch-katholischen Kirche zu stellen und daher dann in einem Kloster verweilen konnte. Das muss man sich mal vorstellen. So arbeitet die römisch-katholische Kirche auch und das, finde ich, ist doch mal eben ein wichtiger Punkt, den man hier eben anführen muss, da wir ja gerade eben hier gelesen haben in dem Buch, dass das schuldige Mitglied ihren Armen entzogen hatte, also den Armen der zivilen Macht, ja, unserer normalen Justiz, wenn wir es mal so nennen wollen, denn die Welt sollte nie und nimmer an der Demütigung eines Ordensbruders ihr Auge weiden und das ist nicht nur mit den Ordensbrüdern, es geht durch die gesamte römisch-katholische Kirche und in diesem Fall die Michel Martin, die ihr hier im Bild immer noch seht und mir wird da nur noch schlecht, ganz ehrlich, ich kann nicht anders, mir wird da nur noch schlecht, wenn ich daran denke, und die Michel Martin ist also aus dem Knast raus in ein Kloster gekommen. Sie unterstellt sich der römisch-katholischen Kirche und dadurch ist sie im Grunde der Strafe der zivilen Justiz mehr oder weniger entgangen. Dem besten Beweis dafür fährt der Autor fort, dass die Jesuiten stets so und nicht anders zu Verfahren pflegten, liefern die paar nachfolgenden Geschichten, von denen die erste in Salamanca spielt, also Spanien. Dort stand zu Anfang des 17. Jahrhunderts der Pater Mena in ganz besonderem Ansehen und zwar sowohl wegen seines an die heiligen Märtyrer erinnernden Lebenswandels als wegen der großen Gabe von Beretsamkeit, welche ihm inne wohnte. Von Aussehen war er hager und blass und die Augen lagen ihm tief im Kopfe innen. Sein Gang verriet die tiefste Demut und aus seinem einfachen schwarzen Auge sprach eine Bescheidenheit, die von Jedermann bewundert wurde. Wenn er aber auf der Kanzel stand und gegen die Verdorbenheit der in Sünden versunkenen Welt donnerte, dann sprühte ein solches Feuer aus seinem Munde, dass alle Zuhörer in ihrem Innersten erbebten und ein sichtbares Zittern und Zagen selbst die Herzen der Verstocktesten ergriff. Unter so bewandten Umständen darf man sich nicht darüber wundern, dass viele Bewohner Salamankas den Pater Mena zu ihrem Beichtvater erwählten und dass insbesondere das weibliche Geschlecht von den vornehmsten Ständen bis zu den niedrigsten sich zu ihm hindrängte. Unter diese Beichtkinder gehörte nun auch eine Jungfrau von sehr schönem und üppigem Aussehen, deren Verstand jedoch der Ausbildung ihrer Körperformen keineswegs entsprach, denn sie galt allgemein als sehr einfältig und diesen letzteren Umstand hoffte Pater Mena, dessen Adern eine glühende Begierde nach dem Besitz dieses reizenden Wesens durchtobte, zu seinem Vorteile ausbeuten zu können. Nachdem also die Jungfrau bei ihm jede Woche beicht saß, gehörig vorbereitet hatte, rückte er endlich mit seinem Vorhaben heraus und eröffnete ihr, dass Gott ihm in seiner Offenbarung befohlen hätte, zur Erzeugung eines Heiligen das Sakrament der Ehe mit ihr zu vollziehen. Wir verstehen hier ganz deutlich daraus, das Sakrament der Ehe mit ihr zu vollziehen, die Ehe zu vollziehen, das heißt, wenn, wie Adam bereits im ersten Buch Mose sagte, wenn die zwei Mann und Frau eins werden, also wenn man mit der Frau Verkehr hat, das ist biblisch gesehen, die Ehe zu vollziehen. Natürlich kein Sakrament, das ist wieder typisch römisch-katholische Falschlehre, aber so ist das in der Bibel, der Vollzug der Ehe passiert mit dem Geschlechtsverkehr, um es mal eben deutlich zu sagen, und genau darum geht es hier dem Pater Mena drum. So, gute Gründe aber auch, so, jetzt bin ich hier in der Reihe verrutscht, ähm, nö, du warst richtig. Ne, 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 ich habe ein bisschen runtergescrollt und bin in der Reihe jetzt weg, jetzt habe ich verloren, wo ich hier bin. So gute Gründe aber auch der Pater für diese seine Forderung anstellte und so gläubig die Dame fast in allen seinen Worten lauschte, so erschrak sie doch vor einem solchen Vorschlag so sehr, dass sie in Begriffe war, sofort aus dem Beichtstuhle fortzulaufen. Er hielt sie jedoch mit sanften Reden zurück und bedeutete ihr, dass ihr Ruf durch diese von Gott befohlene Ehe keineswegs Not leiden würde, denn er besitze unter fremdem Namen eine kleine Einsiedelei in der Nähe, in welcher sie ungestört zusammen könnten und mit nicht minderer Sorgfalt würde für die Geheimhaltung ihrer künftigen Wochen gesorgt werden. So, ich möchte jetzt hier nochmal eben ein anderes Bild eben suchen und zwar weil wir so viel über die Beichte sprechen, über den Beichtstuhl, da habe ich ein paar Bilder hier und ich möchte dieses Bild hier gerne mit rein nehmen. Übrigens dieses hier ist auch ganz interessant, da ist ein Text drin, den könnt ihr vielleicht so nicht lesen, das ist ja von der Auflösung her leider nicht so gut, aber wenn ich das mal eben groß mache, kann man es auch noch nicht lesen, aber ihr seht hier einen Wolf sitzen in einem Stuhl, wie eben der Priester normalerweise sitzt im Beichtstuhl und dann seht ihr hier die Schafe ankommen und der Text hier drüber lautet und das ist ein flämischer Text, Das muss man sich halt auf der Zunge zergehen lassen und das muss man verstehen und genau so ist das. In der Bibel steht nirgendwo geschrieben, dass ich einem anderen ebenso fehlbaren sündigen Menschen, wie ich selber einer bin, meine Verfehlungen beichten muss. Aber die römisch-katholische Kirche lebt von diesen Beichten und hier in dieser Karikatur sagen die Schafe eben was haben wir denn verbrochen, dass wir bei dem Wolf zur Beichte gehen, bei dem der uns verzehren will. Und jetzt nehme ich nochmal dieses Bild vom Beichtstuhl hier mit rein und dann können wir in der Lesung gerne fortfahren. Wenn sie übrigens setzte er mit wohlberechneter Schlauheit hinzu, in ihrem Inneren noch einige Zweifel über Notwendigkeit sich dem Befehle Gottes zu fügen hege, so möge sie immerhin einen oder den anderen Gottesgelehrten der Universität darüber befragen, dagegen aber habe sie gegenüber den Laien und Weltlichen das tiefste Stillschweigen zu bewahren, weil sie sonst den Zorn des Himmels auf sich laden würde. Auf diese Reden hin verlor sich der erste Schreck der bis jetzt noch keuschen Jungfrau und nachdem sie den Beichtiger ein paar Patris ihrer Bekanntschaft in denen sie sich Rats erholen wollte genannt hatte, verließ sie die Kirche schon halb und halb überzeugt, dass sie von Gott dazu bestimmt sei, in einer heimlichen Ehe mit dem Pater Mena Heilige in die Welt zu setzen. Was geschah nun weiter? Sobald die schöne Jungfrau fort war, eilte der Pater zu den beiden Theologen, bei welchen sie sich Rats holen wollte und setzte ihnen auseinander, wie er ein sehr skrupulöses Beichtkind besäße, welches seine Vorschriften nur dann befolgen wolle, wenn auch andere gelehrte Patris sich für deren notwendige Verfolgung aussprechen, oder Befolgung aussprechen. Dann fragte er seine Kollegen, ob sie etwa Ursache hätten, ein Misstrauen in ihn zu setzen, oder ob er nicht vielmehr durch eine langwierige Praxis bewiesen habe, dass er sich auf den Unterricht in Gewissenssachen vollkommen gut verstehe. Wenn aber dies so wäre, meinte er schließlich, und wenn er durch seinen bisherigen Lebenswandel seine Tugendhaftigkeit gehörig erprobt habe, so möchten seine Herren Kollegen sich mit dem Mädchen nicht in weitere Details einlassen, sondern demselben, also dem Mädchen, einfach den Rat erteilen, alles das zu tun, was ihn der Pater Mena anbefehlen würde. Letzteres sagten beide Theologen recht gerne zu, denn sie kannten ihren Mitkomforten nur als einen sehr sittsamen Mann, dem man auch nicht das geringste Üble nachsagen konnte, und überdies galt er ja als einer der besten Moralpriliger Salamankas. Darum so, wie nun die Jungfrau kam, sich in der bewussten Sache ihren Rat zu erbitten und vor Scham nicht recht wusste, wie sie die Worte setzen sollte, kamen ihr die beiden Geistlichen zuvor und erklärten ihr, dass dasjenige, was ihr der Pater Mena anbefehle, jedenfalls recht und gut sei, weswegen sie es nur unbedingt befolgen solle. Nunmehr blieben der Armen betürten keine Zweifel mehr übrig und wie sie also das nächste Mal bei ihrem Pater Mena zur Beichte kam, erfuhr dieser zu seiner innigsten Genugtuung, dass sie bereit sei, den Willen Gottes zu folgen. Er segnete sich also sofort unter wahrhaft gotteslästerlichen Zeremonien selbst mit ihr ein und dann eilten beide auf die oben genannte Einsiedelei, um die Ehe wirklich zu vollziehen. Auch blieb es natürlich nicht bei diesem einmaligen Vollziehen, nein, sondern sie lebten vielmehr verschiedene Jahre lang wie Mann und Frau zusammen, ohne jedoch der nötigen Heimlichkeit zu vergessen und die Folge war, dass ihnen mehrere Kinder geboren wurden, welche der Pater ganz geschickt bei kinderlosen Eltern als Findlinge unterbrachte. Während dieser ganzen Zeit aber fuhr Mena fort, seine geistlichen Verrichtungen zu versehen und namentlich befleißigte er sich auch des Predigtamtes mit einem solchen Schwung und Eifer, dass sein hoher Ruf sich mit jedem Jahre noch steigerte. Da lüpfte endlich ein unglücklicher Zufall das tiefe Geheimnis dieses schändlichen Verhältnisses und alsbald bemächtigte sich die heilige Inquisition des verbrecherischen Ehepaars, das sofort nach Valladolid in die dortigen Inquisitionskerke abgeführt wurde. Auch legte dort das Weib schon im ersten Verrühre ein ganz umfassendes Geständnis ab und da also die Niederträchtigkeit des Paters Mena in ihrem vollsten Umfange zutage trat, so hätte jedermann glauben sollen, die Sozietät Jesu werde nun, um ihre Reinheit zu bewahren, das räudige Schaf als einen Verworfenen aus dem Orden gestoßen haben. Dem war aber durchaus nicht so, sondern im Gegenteil nahm sich dieselbe ihres Mitgliedes mit einem Eifer an, dass man darüber in das größte Erstaunen geriet. Doch wussten die Herren Jesuiten gar wohl warum und es zeigte auch der Erfolg, dass sie ganz richtig kalkulierten. Weil nämlich über dieser Skandalgeschichte ein ganz entsetzlicher Lärm entstand, der sich über ganz Spanien und sogar noch darüber hinaus verbreitete, so stand zu befürchten, es möge in der Menschheit der Glauben entstehen, dass die sämtlichen Ordensmitglieder mehr oder minder scheinheilige Wollustbrüder seien und darum sollte der Pater Mena sollte es was koste es was es wolle rein aus der Untersuchung hervorgehen. Mit vielem Gelde ward also ein Arzt bestochen, das einfältige Weibstück für einen kompletten Narren zu erklären und derselbige Doktor ließ sich auch dazu herbei, der Armen ein Schlafpöverchen beizubringen, das so stark wirkte, dass sie nicht mehr erwachte. Zu gleicher Zeit wirkte sich der Provinzial von einem anderen Arzte ein Zeugnis aus, dass Pater Mena höchst gefährlich erkrankt sei und dass ihm der längere Aufenthalt in den Inquisitionsgefängnissen sicheren Tod bringen müsste. Mit diesen Zeugnisse versehen aber setzte es die Sozietät, welche damals am spanischen Hofe fast allmächtig war, durch, dass Mena zu seiner besseren Verpflegung in das Jesuiten Kollegium gebracht werden durfte. Natürlich übrigens nur so lange, bis er wieder gesundet sei. Und überdies waren die Herren Inquisitoren so vorsichtig, einige ihrer Offizianten mitzusenden, welche den Kranken nie aus den Augen verlieren sollten. Doch was half diese Vorsicht? Dem Anschein nach wurde Mena mit jedem Tag schwächer und die Offizianten selbst besorgten seine nahe Auflösung. Deswegen waren sie auch gar nicht erstaunt, als eines Tages, wie sie sich eben bei einer Mahlzeit befanden und die Jesuiten tischten ihnen gut auf, plötzlich unter dem Zusammenläuten aller Glocken des Kollegiums die Nachricht erscholl, der arme Kranke sei soeben verschieden und sie beeilten sich gar nicht, die Inspezierung der Leiche vorzunehmen. Doch taten sie dies der Form wegen einige Stunden später und da sie richtig den Pater im Jesuiten Habet im Sarge liegend fanden, so verließen sie sofort das Kollegium, um ihren Oberen die Nachricht von diesem Todesweil zu bringen. Allein der Pater Mena war keineswegs tot, sondern vielmehr so lebendig denn je und entstieg dem Sarge, so wie die Offizianten der Inquisition fort waren. Auch setzten ihn seine Mitbrüder, nachdem sie ihm die Leichenfarbe mit der er befleckt war abgewaschen und ihn in eine gute Verkleidung gesteckt hatten auf ein schnelles Maultier, das ihn außer Landes nach Genua brachte. In den Sarg aber legten sie ein Wachsbild, das sie ihm so ähnlich als möglich nachgebildet hatten und dieses mit einem Jesuitengewand angetane Bild ward statt seiner selbst mit großen Pompe begraben. Auf diese Art wusste die Sozietät dem gegen Mena eingeleiteten Prozesse ein schnelles Ende zu machen und natürlich sprengte man nun überall hinaus die ganze Anklage sei nur das Hirngespinst einer verrückten Person gewesen denn nie habe es einen heiligeren Mann gegeben als den so viel verlästerten Pater Mena Michael hast du nicht mal einen Kommentar dazu? Ja ich hatte schon gerade überlegt ob ich übernehmen soll Also bitte ich möchte jetzt noch mal eben hören was du dazu zu sagen hast das ist doch nicht mehr normal was wir hier gerade lesen oder ich meine es ist eine Sache das zu verstehen dass sich dieses Jahr abgespielt hat im 17 Jahrhundert okay es ist eine andere Sache aufgrund und das finde ich das ist das wichtige was wir hier vielleicht rausziehen müssen und da könntest du vielleicht mit dem Kommentar ein bisschen drauf eingehen dass wir verstehen müssen dass dieses ganze Theater was wir uns heute teilweise abspielen vor den Augen alles begründet ist auf diesen Theatern die sie bereits vor Hunderten von Jahren schon gemacht haben ja 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 nur schau sie kommen damit durch das ist der Punkt das heißt die Geschichte wird immer fantastischer aber es hat ja keine Konsequenz also warum sollte man da die Wahrheit sagen wenn man halt mit der Lüge durchkommt und auf der anderen Seite sehe ich das ja mal ganz ganz simpel ich wollte mir das jetzt eigentlich für den Schlusskommentar aufheben aber da kannst du ja auch gerne ich kann ja noch ein bisschen weiterlesen kannst du ja vielleicht liest einfach weiter und dann hätte ich da noch eine Zusammenfassung zu weil das spielt da halt alles mit rein natürlich da fasst man sich nur an den Kopf aber ich glaube es war nie anders gewesen es hat einfach nur so dass die institution selber damals eine extrem beherrschende Rolle gespielt hat und da konnte man halt einfach mit monetärer Macht und sonstigen Privilegien halt eine ganze Menge bewirken und ja also ich bin da nicht erstaunt drüber muss ich ganz ehrlich sagen ich finde die erzählweise lustig aber erstaunen tut mich was mich ein bisschen erstaunt ist dass die Jesuiten durch die ganze Geschichte hindurch immer und immer wieder im Grunde dasselbe Spiel spielen und die Leute es vor 300 Jahren glauben vor 200 Jahren glauben vor 100 Jahren glauben heute und wahrscheinlich auch in 100 Jahren immer noch glauben das ist der Punkt den ich meinte ich weiß jetzt nicht ob es überhaupt so sinnvoll ist weiterzufahren weil der Autor erzählt ja da wir ja schon bei etwas über 15 Minuten sind würde ich sagen heben wir uns diese zweite Geschichte die Griesinger erzählen möchte für die nächste Lesung des Buches von ihm auf das da heißt die vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt für Teil 34 wo wir dann in diesem die Sittlichkeit der Jesuiten oder das Gelübde der Keuschheit dritten Buch weiterfahren in dem Kapitel 1 hier immer noch getitelt hier der alte Adam in der Larve der Heiligkeit und wir hören uns nächstes Mal an wie die Geschichte weitergeht die zweite Geschichte die Griesinger erzählen möchte und dann erzähl doch bitte gerne deinen Schlusskommentar Michael dann können wir noch ein paar Minuten über das eine oder andere diskutieren bitteschön ja das vielleicht mal ganz interessante Sache ja im Endeffekt Griesinger beschreibt ja schon der Geheimwirksamkeit und da haben wir ja momentan auch schon ein sehr gutes Beispiel von gesehen von der Geheimwirksamkeit das heißt man versucht mit allen Mitteln sind ja alle Mittel erlaubt ja seine Machtposition auszubauen und dann halt auch seine Machtposition im Falle des Jesuiten jetzt kommen wir von Namen gar nicht hier zu missbrauchen ja Mena der Mena ja Mena genau zu missbrauchen so und das macht korrumpiert kennen wir ja und macht korrumpiert absolut ja genau so und da gibt es ja eine schöne immer wieder zitierte Bibelstelle die da heißt ja jetzt habe ich es mir gerade rausgesucht jetzt an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen so Vorsicht vor falschen Propheten das ist aus dem Matthäus Evangelium wenn ich richtig im Kopf habe da an ihren Früchten soll man sie erkennen Matthäus da ist er schon sieben Kapitel 7 Vers 15 bis 20 Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing da sind wir ja genau im Thema drin jetzt ist doch die Sache die dass ich eigentlich jetzt und das hätte ich mir ja niemals träumen lassen schon fast eine Lanze für die Jesuiten brechen müsste denn wenn man überlegt wie die ganze katholische Kirche und damit dann auch die Jesuiten die ja letzten Endes die Regime Militantis Ecclesia darstellt also der militante Arm der katholischen Kirche wenn man so möchte die militärische Regierung der Kirche oder die militärische Regierung ja Regiment halt wenn man da jetzt einfach nur mal also für mich jetzt einfach mal logisch überlegt wie verdreht die ganze Geschichte ist weil ja eigentlich das ja komplette umgekehrte umgekehrte Lehre ist wie in vielen anderen Dingen ja auch dass Petrus verheiratet gewesen ist ja und die römisch-katholische Kirche beruft sich ja lustigerweise auf Simon Petrus wovon wir beide ja wissen dass dem ja nicht so ist aber wenn sie sich auf Simon Petrus beruft ja als Nachfolgeorganisation und Simon Petrus verheiratet war ja warum muss dann ein Priester oder ein Jesuitenpriester warum muss der dann in Keuschheit leben ja das leuchtet dieser Widerspruch der der geht mir die ganze Zeit im Kopf rum und der der erschließt sich mir nicht naja das hängt das hängt damit zusammen wenn ich dich da eben mal unterbrechen darf das hängt damit zusammen dass die römisch-katholische Kirche sich basiert auf Babylon und die babylonischen Priester Kanabaal wie sie hießen wie man in Alexander Hislop nachlesen kann die mussten dem Zölibat folgen das Zölibat ist eine babylonische Tradition und natürlich nicht wie du richtig anmerkst biblisch gegründet weil unter anderem Petrus war verheiratet ja und natürlich wenn die römisch-katholische Kirche sich auf Petrus beruft und Petrus dann doch verheiratet war warum dürfen dann die Priester nicht verheiratet sein ja weil die römisch-katholische Kirche hier ihre Traditionen über die Bibel stellt das ist ja das was sie auch in ihrem römisch-kanonischen Recht sagt sie sagt die Bibel als höchste Autorität ist nicht zu akzeptieren denn die Tradition der Kirche steht darüber die Tradition der Kirche zwischen Anführungsstrichen jetzt mal ist aber die babylonische Tradition und die babylonische Tradition spricht von der Keuschheit verstehst du der Punkt ist ja wenn ich dieses Keuschheitsgelübde ablege dann erscheine ich ja nach außen hin den Leuten als eine reine und sündenlose Personen weil Sex wird ja in der römisch-katholischen Kirche als Sünde verkauft wenn ich also keinen Sex habe dann habe ich keine Sünden da ich keine Sünden habe als katholischer Priester dann mal eben kann ich ja anderen Menschen ihre Sünde vergeben weil nur der der ohne Sünde ist kann ja Sünden vergeben Gott kann Sünden vergeben weil Gott ohne Sünde ist der Priester macht sich aber Gott gleich und dafür braucht er das Zölibat ja ich verstehe wenn ich das Zölibat nicht hätte dann wäre der Priester nicht sündenfrei und könnte von daher nicht die Beichte der Leute abnehmen ja im äußeren Erscheinungsbild also lass uns jetzt bitte hier nicht sagen von der Jörg hat das so und so gesagt es geht um das äußere Erscheinungsbild das nach außen hin wirkt das nach außen hin wenn diese Leute pur rein sauber sündenfrei wirken müssen und dafür benötigen sie eben das Zölibat dass das Zölibat natürlich gebrochen wird da haben wir ja gerade eben ein und sogar verschiedene Beispiele drüber gelesen ja aber bitte fahr fort ich wollte dich gar nicht groß unterbrechen in deiner in deiner Ausführung aber ich wollte das ist eben nicht biblisch und deswegen das ist nicht biblisch absolut nicht deswegen da beißt sich also im wahrsten Sinne des Wortes die Schlange in den Schwanz die Katze sagt man glaube ich ne ja ja aber ich wollte jetzt ein bestimmtes Bild aus Babylon verwenden ja ja die Schlange okay genau so und und wie gesagt da kann man es halt biblisch nicht begründen warum dem so ist denn das würde ja implizieren dass Petrus selber auch sündig gewesen ist ja so natürlich war Petrus sündig ja aber dann ja natürlich klar natürlich nur der Unterschied ist wie kann ich mich dann als Priester als wenn ich mich darauf berufe dann darauf berufen eben ein besserer Mensch zu sein weil ich nach außen hin etwas vorgebe was nicht durch die Bibel selber gerechtfertigt ist und da haben wir wieder die ganze Geschichte dass halt viele den Inhalt der Bibel nicht kennen und deswegen kann man ja nur sagen lies deine Bibel ja lies die Bibel wie es ist und wenn halt der Schöpfer Gott selber welchen Namen ihm jetzt nimmt jetzt gibt ob Elohim oder Yahweh oder wie auch immer der Allmächtige ich bevorzuge immer in Deutsch der Allmächtige Schöpfer Gott wenn der halt im Paradies dem Mann eine Gehilfin beistellt ja und die ist halt vom anderen Geschlecht hat ein anderes Geschlecht ja dann ist es halt einfach so und deswegen ist das für mich eine ganz natürliche Geschichte ich würde jetzt nicht mich auf den Standpunkt der römisch-katholischen Kirche den kann ich nicht nahe verziehen wenn die sagt dass man also jetzt Keusch sein muss um Priester zu sein da steht in der ganzen Bibel kann ich das so nicht nachvollziehen und das ist die Geschichte für mich wo sich immer der römisch-katholische Kirche selber in den Schwanz beißt ja sie ist eben nicht auf der Bibel basierend sondern sie ist halt einfach auf einer falschen Doktrin aufgesetzt und da tun mir jetzt muss ich ganz ehrlich mal so sagen auch in dieser Lesung da tun mir jetzt einfach die Leute die halt auf diesen Zug aufgesprungen sind ob die jetzt römisch-katholisch sind oder Jesuiten geworden sind aus welchem Grund auch immer einfach leid weil die halt einfach eine wieder also meiner Meinung nach eine wieder natürliche Verhaltensart an den Tag legen sollen und das führt doch einfach zu diesen Auswüchsen ja das führt doch dazu wenn ich mich völlig unnatürlich verhalten muss unbelieblich verhalten muss ja das führt doch erst recht dann zu solchen Sachen die wir unter normalen Maßstäben doch gar nicht verstehen können abgesehen davon dass wir ja wissen welche besten Kirche die anhängen ja wir wissen ja beide dass da jetzt eben nicht die Kirche des allmächtigen Gottes mit gemeint ist aber da können einem ja die also manchmal tun mir gewisse Leute einfach nur leid muss ich ganz einfach sagen tun mir manchmal echt leid wenn die Leute diesen Mist glauben ist es natürlich auch noch ein bisschen deren eigenes Problem aber warum muss jetzt der Pastor selber so eine Sache so ein Kreuz quasi auf sich nehmen um jetzt nach außen so oder so zu erscheinen wie kann man in dieser wie kann man halt mit diesem Zwiespalt sein ganzes Leben leben die Leute müssen doch irgendwann wirklich gar nicht mehr wissen was richtig was gut und böse ist Ende ja das fand ich eine fantastische Ausführung die du da gemacht hast wo es einige Punkte gibt wo ich nochmal drauf einhaken könnte was ich jetzt aber nur in ganz kurzer Weise machen möchte der Punkt dass du sagst diese ganzen Sachen sind ja gar nicht auf der Bibel begründet das ist natürlich damit begründet dass die römisch-katholische Kirche sagt wie ich gerade vorher schon mal angeholt hatte die Bibel ist nicht die höchste Autorität sondern die Tradition der Kirche steht über der Bibel und wir als bibelgläubige Christen versuchen ja den unseren Zuhörern und Zuschauern dieser Videos immer klar zu machen am Anfang einer jeden Untersuchung die ihr für euch selbst anstellt um zur Erkenntnis zu kommen ob die Dinge die wir hier erzählen wahr sind oder nicht wahr sind am Anfang einer jeden solchen Untersuchung steht erstmal dass ihr die Bibel lesen müsst wir raten niemals an römisch-katholische Tradition zu lesen oder zu studieren wir raten immer an die Bibel zu lesen jedes meiner Videos fängt an mit so einem kleinen Einspielungsfilm von 17 Sekunden über Stunde der Wahrheit wo als letztes das Bild erscheint lies deine Bibel zu Anfang des Videos und zu Ende des Videos ich habe das bewusst so gewählt man muss den Leuten erstmal beibringen dass sie an der ersten Stelle Gott und seine Lehre kennen müssen und wenn ich Gott und seine Lehre kenne dann bin ich auch im Stande die Lüge des Antichristen zu erkennen und bloß zu stellen und genau das tun wir mit dieser Lesung hier und natürlich stimme ich dir zu wenn du sagst dir tun die Katholiken leid dir tun die Jesuiten leid die alle verführt wurden die lieber das Menschenwort hören und das Menschenwort folgen anstatt Gottes Wort hören und Gottes Wort folgen ich stimme dir da vollkommen zu deswegen sagt Jesus Christus ja auch liebet eure Feinde Jesus Christus hasst die Sünde aber er liebt den Sünder und das ist mit uns ja nicht viel anders ich hasse die Doktrin die Tradition die Handlungen der römischen Katholiken aber nicht die Menschen selbst das geht zurück auf wenn wir in die Offenbarung gehen in das Buch der Offenbarung muss man eben sehen habe ich meine Bibel hier ich habe meine Schlachter Bibel hier da ist es in Offenbarung die ist hier von den Seiten her nicht so leicht nicht so leicht zu finden wo man da hinten sein muss in der Offenbarung am Anfang ich glaube es ist in Kapitel 2 wo drin steht ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft die behaupten sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt und du hast schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens Willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden aber ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe vergessen hast bedenke nun wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von der Stelle wegstoßen wenn du nicht Buße tust aber dieses hast du dass du die Werke der Nikolaiten hast die auch ich hasse wer ein Ohr hat der höre was der Geist den Gemeinden sagt wer überwindet dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens der in der Mitte des Paradieses Gottes ist Vers 6 Offenbarung Kapitel 2 aber dieses hast du denn moderne Nikolaiten sind die Werke der Jesuiten die wir mit der Lesung unter anderem dieses Buches an den Pranger stellen und hiermit möchte ich es für diesen Moment bei diesem Video beenden und wir sehen uns nächstes Mal wieder Maranatha Paulo зас Licht Durchselse von All